So, willkommen zurück zu Let's Play Naraka Blade Point. Lüstung haben wir schon. Was ist das? Ja, die Leute sind schön am killen, während wir hier... Jo. Willkommen, Willkommen. Heiß. Der war allein auf der Jagd. Ja. Uh. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Abwehr, Abwehr, Kopfverteidigung. Nice and strong. The shadow begins. Follow my marker. Jawohl. Ab zum marker. Da ist ne Quest. Große zweimal an einer bestimmten Tonfigur. Zu einer bestimmten Tonfigur. Smart move helping me like that. About time things started going my way. Okay. Oh. Flinten verursachen weniger Schaden, ignorieren jedoch die Rüstung des Ziels. Gut, wir schnappen uns eine Flinte. Ah, da. Upgrade für die Seelenjadetasche. Ach, man muss das freischalten. Wir hatten das letztens freigeschaltet. Jetzt haben wir fünf. Was haben wir da? Schau an das. Schau an das. Haben wir bereits. Warte, kann ich einfach die weiße Rüstung nehmen? Ne. Er kann nichts downgraden. Schau an das. Cool. Jetzt haben wir beide gegessen. Der Feier ist vor. Der Feier ist nahe. Wir sollten ein bisschen hinten bleiben. Und zugucken, wenn das jetzt zwei Teams in dir fighten. Okay, ich helfe ihm. Nice. Weiter geht's. Oh, oh, Jasmine. Was ist das? Voller Schwachsinn. Also das halt im Fight zu machen. Aua. Wir haben uns geschnitten. Nice and strong. Hm. Aua, Mama. So, du kassierst jetzt. Du warst viel zu gefährlich. Lol, Team. Wir sind tot. Das Problem war, wir sind in ein Team reingegangen. Also in den Team. Ja. Problem war Bay Coast. Er hätte da warten sollen, bis die sich platt machen. Schade. Schade. Ich habe natürlich richtig gehandelt. Ich habe ihm geholfen. Am Ende ist dann aber halt, nachdem die zwei Teams platt gemacht haben, in uns auch nochmal ein Team rein. Schade. Schade. Kohl Singh Albani hat mich getötet. Auf Rettung warten. Ach, wir schauen zu. Natürlich. Sondern durch. Gut. Das sind diesmal keine Bots. Äh. Home. Davor waren das ganz sicher Bots, Leute. Die ersten Matches. Bin ich mir ganz sicher. Schaden. Er hat uns reingebatet in die Masse Plus wir sind wegen ihm gestorben Erstmal reporten Weil er schlecht ist Warte, geht das? Negatives Spiel Ne Quatsch Das war nur ein Scherz Einen Daumen runter müsste es halt geben Aber dafür dass er schlecht ist Kann man ihn halt nicht reporten Macht das nicht ja Das ist ganz böse Naja Das war der Charakter Er war eigentlich ganz okay Also sein Name heißt Nerf Tarka G Das ist der Kerl den wir gerade gespielt haben Heißt das der ist OP? Oder baitet der einen da nur rein Ich meine der spielt den halt selbst Glaub ich Die sind gelockt by the way Frage mich warum Ah freischalten kann man die Oh wir haben erst 10% Von dem Tay Das ist die Real life Währung So wir spielen jetzt Kurumi Okay Mainstream Name So wo wollen wir spawnen Im Team sind Celticorn und KNWK Eine Russe Okay wir haben Doch da ist der Startpunkt In der letzten Sekunde haben die das gemacht Oh nein die sind mega schlecht So unser Charakter hat halt keine Rüstung Kein nix Ich weiß gar nicht was wir hier auf dem Schlachtfeld machen Ein Genius ist sie auch Lol das ist schon der erste Wir sind gleich tot lol Lol wir sind schon tot Ich dachte das sind Mitspiele Na toll Oh mein Gott Ich hab's ja gesagt Keine Rüstung Werden wir jetzt gerettet Vom Team Was Er ist auch gleich tot Jawohl Annehmen Verweigern Annehmen Was kann man denn hier annehmen und verweigern Ach man kann in den Fokus sitzen Wo er zuerst hingeht Oh lol Celticorn ist auch schon tot Äh ja Also man merkt diesmal Dass es halt echt Spieler sind Und keine Bots mehr Denn Wir sind bereits tot Wir dürfen nicht mal den Charakter auswählen Ganz schön kacke gelaufen Mann man man Äh wenn du jetzt beendest Wird dein Ruf abgezogen Oh mein Team lebt noch Ah sorry Betritt den Seelenalter Oh sorry Es ist gar nicht vorbei Seelenalter Ich weiß jetzt nicht was ein Seelenalter Oh mein Gott Es ist unsere Wiedergeburt Eine zweite Chance Don't waste it Ihr habt es gehört Ja wir sind schon gleich wieder tot Diesmal sind wir der Bot der gegen die Luft haut Nochmal 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 Not Was kill, Alter? Komm, klau nicht sofort den Loot weg. Ist ja nicht so, dass du was gemacht hast. Äh, äh, no, no front jetzt. Wir sind schon toxisch, sorry. Das passiert halt beim Multiplayer. Irgendwann fängt's an. Deine Kindheit wird nicht unnotiert. Gut, wir sind so ne Art Support, denk ich. Hallo. Ich war nicht geboren mit einer stetschen Hand. Das macht's perfekt. Aua. V-Ulti. Du sollst geholfen werden. Nice, Mann. Heal die Gegner oder so. Aber halt nicht die... Ich selbst. Wir haben ja Rüstung, also wir haben Rüstung verloren. Kein Leben. Alter, nicht gegen die Luft hauen. Bitte. Alter, der Russe, lol. Die Schadung wird bald beginnt, zu schlafen. Riecht es erst. Dann können wir sprechen. Nice. Komm her, Mann. Chakos, Alter, die Regeln. Tschüss. So, warte, hat er ne Waffe, ne Katana, oh Gott. Wer mit dem Katana, ja? Ja. Geil, wir haben Katana. Nein. Keine Ahnung, was F macht, Alter, aber egal. Nice. Boah, ist das Ding OP. Okay. Okay, nice damage. Ist das Tarko-G, oder wie der hieß? Tarka-G? Aber mit... Hä? Was sind das für Haare? Sorry, das ist nicht Tarka-G, das ist ne Frau. Das war halt die Schwester von dem. Takeda. Weil der war voll OP, by the way. Wir heilen mal. Nice. Der Tarka-G, der healt. Wir sind ein Heal. Gefällt mir. Genau, fix it first. Okay, der Charakter ist nicht übel. Angriff. Sie redet halt sehr viel. Also, ich rede sogar mehr als ich. Mein Zukunft ist beschädigt. Sie sind knapp. Bereit zu kämpfen, kämpfen, kämpfen! So, du kannst jetzt... Uah. Komm schon, Mann, wir sind Master-Aimer. Ich hab Angst, dass irgendwann die Windows-Einrast-Funktion sich aktiviert. Weil wir hier so oft Shift drücken. Den haben wir weggefarmt, by the way. Hinter uns ist was. Warte, das ist Helticone. Das sind viel zu viele. Ah. Das war's gleich wieder mit uns. Au, au, au. Wo ist der Teammate? Junge, du hast doch... Oh! Oh! Oh, wie, Alter! Der war die ganze Zeit noch im Boden, ey! Junge! Good fight! Alter, das bin ich, Mann! Ach so, du... ...hebst Sachen auf. Oh, wir haben keine Greifhaken mehr. Dann looten wir welche. Der ist echt OP, Alter. Hat der irgendwie... Hat der das im Shop gekauft, Leute? Oder wie macht der das? Das ist auch sein erstes Mal. Oh, lol. Helf mir mal! Lass meine Freunde geheilt werden! Du sollst geheilt werden! Oh, oh. Nochmal healen. Ne. Schade. Wir haben verloren, weil ich gelootet hab. Ansonsten waren wir echt... ...echt OP, muss ich sagen. Schade, schade. Das war jetzt mein Fehler. Das war auch unser zweites Leben. Ich werde nicht das gleiche Fehler machen. Joa. Also, das Team ist tot. Gut, dass wir nicht gelieft sind. Ich wusste nicht, dass wir nur eine zweite Chance hatten. Die haben wir natürlich auch verbockt. Der hat einen Legendary Chaco, der Kerl. Der uns gekillt hat, oder? War das der? Naja, was soll's. Diesmal dürfen wir lieben. Denke ich. Zurück zu Home. Naja, war ein guter Fight. Genau. Schaden erster war ich. Ich hab halt übelst gecarried mit der Heilerklasse. Der war auch gut irgendwie. Wir geben ihm mal einen Daumen hoch. Er ist gelieft. Äh, normalerweise... Ja, wir reporten das diesmal, weil... ...keine Ahnung. Ich glaub, es macht jetzt eh keinen Sinn, weil jeder das Spiel testet. Nee, nee, wir machen das noch nicht. Die testen das Spiel ja nur alle. Nach zwei Tagen spielen die das nie wieder. Da kann man's auch gleich lassen. Ist nur sinnloser Spam, denk ich. Für den Support. So. Naja, das war erstmal so ein Eindruck. Falls ich Bock hab, spiel ich mehr. Äh, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gern ein Like da, abonniert. Und kommentiert gerne was Schönes. Irgendwelche Tipps oder irgendwas, was euch aufgefallen ist. Und... Bis... Dann.